ARD Text im Auftrag von Funk Valentin. Ich hab das nicht mit Absicht gemacht. Was hast du nicht mit Absicht gemacht? Mann, ist es mir einfach so passiert? Was ist dir passiert? Es gibt jetzt ein paar Sachen, die wir brauchen. Moment mal, wieso ich? Warum soll ich sägen? Ja, sorry, also, sollte ich jemals eine Frau tot schlagen und dann zu dir kommen, damit du mir hilfst, die Leiche zu entsaugen, dann säg ich. Aber heute und unter den Umständen sägst du. Theo, du ruckst denn so betröppelt? Hast du Sand in der Möse oder was? Katja und ich, wir lassen uns scheiden. Wahrscheinlich hat's ja einfach nur einen anderen. Katja würde mich nie betrügen. Ach nein? Nein! Zieh dich ein. Der erwiesenermaßen beste Weg, um in Trennung wegzukommen, ist mir andere alte flachzulegen. Theo? Ich kann's ja mal versuchen. Hey! Nicht versuchen! Machen! Die hat sich total gewälzt und geschrien und plötzlich war sie ganz still. Was ist, wenn ich einen Weg wüsste, wie wir beide gemeinsam ohne Geld so unglücklich werden können? Wie viel schuldest du denn? Jetzt solltest du mal nachsehen. Wieso ich? Was hast du gemacht? Du hast versprochen, mir zu helfen! Ich sag's, wir hören Freunde! Stopp! Das hätte jetzt wirklich nicht so weit kommen müssen, oder? Ach! Was? Geiles Sound! Scheiße! Kurz und schmerzlos! Kurz und schmerzlos! Das was er tun soll! Geiles Sound! Geiles Sound! Geiles Sound! Geiles Sound! Geiles Sound! So fängt das an. Das war's.